Die Funktion der Beziehungsuhr Zuallererst ist es von großer Bedeutung, dass die Beziehungsuhr unbedingt von den Menschen gebastelt wird, für die sie letztlich auch gedacht ist. Deshalb gibt es die Beziehungsuhr auch nur als Bastelbogen. Denn das gemeinsame Basteln schweißt schon mal ungemein zusammen und sorgt für Verständnis, was ein guter Start ist, denn mehr Verständnis ist ja genau das Ziel dieses kleinen Abenteuers. Die präzise Anleitung steht dann hinten auf dem Bastelbogen, aber ganz grob gesagt geht es darum, mit dem eigenen Zeiger seine momentane Sicht auf die Beziehung zu verdeutlichen und wenn das alle gemacht haben, dann ist es das Ziel, die Zeiger irgendwie und irgendwo übereinander zu bringen. Denn eine Einigkeit über den Status der gemeinsamen Beziehung ist ja auch schon Verständnis. Aber wie gesagt, genaueres zum Ablauf und den Symbolen steht dann hinten drauf. Die Beziehungsuhr ist so vielleicht ein witziges Geschenk für Menschen mit Beziehungen, aber sie kann auch ein Signal an den eigenen Partner sein, das besagt, für unser Glück ist mir nichts zu doof. Das Institut für gute Laune und die neue Sympathische Moderne wünschen euch viel Spaß in eurer Beziehung. Die Beziehungsuhr und noch andere ganz besondere Sachen vom Institut für gute Laune findest du unter www.liebeverlag.de Ich hab mein Herz verlegt im Liebeverlag.